Joa. Joa? Okay, hallo! 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 So, und jetzt bleibt ich mir nichts sagen. Du hast die Stille durchbrochen. Ohhhh, ich bin mit mir. Du verstehst auch gar nix. Nimm ich TNT oder nimm ich die Spitzhacke? Wenn du TNT nimmst, sag ich, geh schon mal raus. Du willst rausgehen. Aber es wird ja sowieso gleich wieder hell. Ja, was ist die Fieber? Sterbfüß? Wie ist das Sterbfüß? Nach oben gehen ist auch schlecht. Warum? Ja, wenn das TNT explodiert, fällt alles runter. Mach mal die Tür auf. Hallo! Ich glaub, ich bin sicher. Wo ist mein TNT? Da ist mein TNT. Wir haben nix mehr. Okay, wie komm ich denn da jetzt ran? Ich bin ja so ein helles Köpfchen. Ich würd dir Holz hacken gehen, aber da hinten sieht man nichts in der Ecke. Komm ich da jetzt ran? Ja, dann lass uns Holz hacken. Da sieht man aber nichts. Lass uns Holz hacken. Ja, dann warte. Du hackst und ich renn um mein Leben. Ich brauch Eisen. Oh Gott, das klingt so, als wenn wir unsere kleine Katze quälen. Hä? Wenn ich da jetzt... Kann man bitte jemand mit der Pistole herkommen? Nein. Nein. Schieß mal bitte in das Loch. Nein. Nein, das lässt du. Ich schieße nirgendwo drauf, dann bin ich tot. Alter, was geht? Wie komm ich denn da jetzt? Ah, ah, na, 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 was? Na, 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 na. Das stimmt nicht. Komm Sex, das wird witzig, wenn er gleich stirbt. Hier hast du den besten Aussichtspunkt. Erstmal brauche ich ne neue Spitzhacke. Sollen wir mal schießen von hier? Wo ist denn das? Ich seh das nochmal. Da. Danke. Danke. Okay. Ich dachte, ich tu ihm mal kurz den Gefall. Ich glaub ich wär... Oh, äh, da kommen Zombies hoch, glaub ich. Jetzt kommen Zombies durch. Wo denn? Unten in deiner Mine? Oh. Naja, egal. Ihr macht das schon. Das war so ein Spider-Zombie, der ist da durch. Durch, durch die... Dings durch. Weißt du? Ich bin zu? Ja. Okay. Ich glaube, der lebt immer noch. Nee. Hier links, der ist tot. Ja, also liebe Zuschauer, wir quälen unsere kleine Katze hier nicht. Auch wenn sich das vielleicht so anhört. Ähm... Sex? Mhm. Ich hab gleich keine Tür mehr. Ja, ich bin hier unten in deiner Mine. Ich wollte gucken, wo die Zomme sind. Berti? Was denn? Wo bist denn du? Ich hab nur noch vier Schuss. Ja, komm mal her. Ich hab auch nur noch zwölf. Wo denn? Hier. Tür. Wo denn? Tür? Welche? Ich komm zur Tür. Na und? Und? Oh oh. Mine ist voller Zombies. Was? Na ja 30 von Mino. Wartet mal. Hä? Wo sind sie denn? Wo sind sie? 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 Die bleiben? Och Memo. Wo? So können die hier rein springen. Keine Ahnung. Die springen direkt hier durch. Ohne dass die hier die Spitzen berühren. Ja, pass auf. Wenn der nächste Zombie kommt. Äh, ich geh weg. Es wird hell draußen. Wir können nach oben. Wenn der nächste Zombie kommt, schieß du da einfach drauf. Ähm, das ist ne Scheiße. Wow! Die haben hier meinen Turm schon fast kaputt gehauen. Echt? Ähm, wir haben ein Problem. Puh! Ähm, wir haben ein Problem. Wieso? Nein. Sagen wir es mal so. Ich habe das hier und hier hingesetzt. Ja, und? Ähm, habe ich schon erwähnt, dass man es nicht wieder einsammeln kann? Oh. Warte mal, ich probiere was. Wenn wir gleich detonieren. Oh oh. Wer? Ich bin hier auf dem Dach. Das wird ein schmerzvoller Sturz. Ich hab doch gesagt. Wir werden alle sterben. Ähm. Warte mal, will ich das Eisen hier weghauen? Ähm. Habe ich schon erwähnt, dass das TNT hier immer noch schwebt? Ähm. Ich komm hoch. Ähm. Hat jemand ne Idee? Wo ist jetzt dein Turm kaputt? In der Mitte irgendwo. Okay. Oh, hier oben auch. Wo? Oder? Ach ne, doch nicht. Das sah nur so aus. Oh oh. Hey! Geil! Mein TNT ist nicht detoniert. Irgendwo in der Mitte. Puh! Dafür ist der Eingang hier ein bisschen verkehrt. Ja, warte. Warte, ich zeig's dir. Hier. Mach das mal anders. Da. Ähm. Okay. Dann müssen wir das wohl reparieren. Ja. So. Ich verstehe euer Problem nicht. Oh, alles zu. Ähm. Luke ab. Und wo ist das TNT jetzt? Äh, weg. Leider. Ich hab das mal eben repariert, ne? Wo denn? Mein TNT ist weg. Wo ist denn das TNT... Mein Kaboom ist weg. Ist das TNT hier hinter? Ja. Nein. Ah, ich bin so ein helles Köpfchen. Scheiße. Wo ist denn das TNT? Sag mal. Das ist weg. Hä, wie weg? Ich denke, du hast eingebuddelt. Nein. Das hab ich eingebuddelt und da ist einfach zu. Das TNT ist tatsächlich hier runtergefallen. Man muss alles drumrum weggraben. Dann fällt es runter und ist weg. Ich hab hier doch irgendwo ein Zombie getötet. Ich hab hier doch irgendwo ein Zombie getötet. Wo ist denn der? Weg. Ähm. Was ist das? Blei. Blei braucht man nicht. Ähm. Ich bin ein helles Köpfchen. Ich bin ein helles Köpfchen. Wie willst du da hochkommen? Von hier außen rum. Ach so. Hör mal die Tür zu. Ich mach mal die Tür zu. Ihr habt doch auch nur Angst vor mir. Tschüss. Na gut, nicht vor mir, sondern von meinem Team. Ich hätte ja die Tür offen gelassen. Das glaub ich dir. Ich bin auch. Aber er kann mich besonderlich gut beschützen, ne? Ich mich auch nicht. Weil ich hab nur noch die Armbrust jetzt. Oh, er schreckt mich nicht so. Ja, ich bin ja schon dabei. Ich muss hier nur gerade was Dinge tun. Warte, ich reparier mal mit. Ähm. Ja, es ist ja nicht viel zu reparieren. Ach, sehe ich auch. Okay, entweder sterbe ich gleich. Aber mit Stil? Du meinst, wenn das ganze Haus zusammen kracht? Von zweit nicht einfach ein eigenes Zuhause zu bringen. Ja. Guck mal, von da hinten kommt ein Zombie. So. Hm. Ähm. Ist da noch Muni? Ja! Da ist noch Muni. Der wohnt nur noch drei Jahre, bis der hier ist. Ich sehe das gleich schon kommen. Wir fallen hier gleich runter. Und alle auf Pferde. Ja. Du hast mich aufgeschreckt. Das ist blöd. Jetzt treffen wir uns nicht. Ich kann mich holen. Ich habe keinen TNT mehr. Ähm. Dafür bin ich zu tief. Geh doch mal gucken in meiner Mine. Nein. Ich bin gerade auf dem Darm. Ich fühle mich so ein bisschen wie der kranke Wissenschaftler. Äh. Wollen wir uns jetzt ein zweites Haus bauen? Und dann? Uns vor Berti in Sicherheit bringen. Berti hier ehlendig verrecken lassen, indem wir die Tür ausbauen. Irgendwann. Ich habe meine Mine. Und ich kann mir TNT kraften. Ähm. Habe ich schon erwähnt, dass ich da Schwarzpulver habe? Siehste, er kann sich TNT kraften. Super. Oh man. Wir werden also sterben. Nein. Ich meine, ich habe die, ich habe das Schwarzpulver und damit habe ich Munition. Ich sterbe nicht. So kraftet man also TNT. Ja. So kraftet man TNT. Sex, wollen wir gleich in die Stadt mit nur Munition? Ich hab hier Munition. Warte doch mal. 90 Armbrustbolzen. Wir müssen hier Holz hacken. Ich habe aber immer noch keine Armbrust. Wie immer noch keine Armbrust? Wir müssen unbedingt Holz hacken. Ja, dann mach. Weil, äh, dann kann ich über 105, äh, über 500 Pfeile machen, mein Gott. Über 500 Pfeile. Was? Warum so viel? Äh, weil ich kann. Ich liebe diesen. Ich liebe es, wenn kein Plan funktioniert. Das hast du geklaut. Nein, hab ich nicht. Hast du. Ähm, wie komme ich jetzt da runter? Sollen wir hier gucken? Ah! Nein. Ah, potenziell TNT. Es gibt ja TNT, das ist potenziell TNT. Ach, übrigens, wenn die Bäume hier weg sind, können wir gleich neue Pflanzen. Ja, ja. Boah. Wir haben so viele von diesen Marples, die jetzt noch. Und potenziell TNT ist nur Schwarzbücher, das kein TNT ist. Aber das potenziell TNT kann ganz schnell, äh, böses TNT entstehen. Das ist sowas wie potenzieller Energie. Sie ist da, aber nicht so richtig. Aber sie kann da sein. Ja, ja. Ich bin da jetzt gut. Da drüben ist das, was ich haben will. Guck mal. Papi. Mach das mal. Papi hat ne Idee. Oh, oh. Auf jeden Fall. Six. Ja. Prägt dir unser Haus gut ein. Wir werden es zum letzten Mal sehen. Und mit eben die ganzen schönen Kisten, die du gebaut hast. Ach nein. Pass auf. Also ich bin ja, ich bin ja dafür, bei dem nächsten Haus bauen wir ne zweite Etage und die zweite Etage wird der Wohnraum, wo dann die Kisten und so hinkommen. Bringt ja nix, wenn alles unsere einstürzt. Ach, da war ja. Und das nächste Haus wird nicht an seiner Bühne drüber. Ach, da war ja. Ja. Ich hab kein nix, nicht mehr. Und hier ein TNT. Da sind wir, glaube ich, nicht unglücklich drüber. Warum? Habe ich denn da schönes Gefühl? Eis. Äh, sorgt mal lieber dafür, dass der Schwarzkulver in meine Waffe kommt und nicht in deine Pässer darf. Genau, würde ich nämlich auch sagen. Ich bin ja schon dabei. Ja, aber ein bisschen schneller. Bleib doch mal ganz fluffig. Ja, weißt du, wir sorgen hier für Holz, ne? Ja, und ich für Munition. Was ist wichtiger? Du sorgst eher für TNT. Ja, nein, doch für Munition. Das ist alles für ein ausgeklügeltes Verteidigungssystem. Ich werde das Holz gleich auch für Munition verwenden. Ja, aber nicht für TNT. Ja, das stimmt wohl. Ne, nein. Aus Holz und TNT. Aus Holzkohle kann man TNT machen. Wir geben ihm kein Holz mehr. Kann man hier eigentlich Holz und Kohle herstellen? Äh, keine Ahnung. Was ist das denn schönes? Oh, Holz, Kohle. Ah, Kohle. Meine erschossene Lady hast du hier nicht gefunden, ne? Hä, hä, hä. Ne. Och, Mann, oh. Ich hab übrigens noch was anderes, was ich bauen kann. Ja, wer pflanzt jetzt neue Bäume? Ich, ne. Ich hab das schon beim letzten Mal gemacht. Da fällt mir was auf. Hallo. Ich geh mal kurz hoch. Ey, wie komm ich wieder hoch? Ich, ups. Ich hab da nicht. Ah, dieses Ding hier nervt mich. Soll ich mal auf Smallstone, Sharpstone machen? Ne, mach ich nicht. Auf Stone haben wir Tonnen. Also, ich. Was? Oh. Oh. Ich bin schon Weihnachten. Das kommt davon, wenn man mit TNT rumschlägt. Nein, das war kein TNT. Das war ein Einstieg. Das ist. Das passiert, wenn man die Dächer nicht abstürzt, abstürzt. Oh, Mann. Braucht man das irgendwo für Chrysanthemen? Chrysanthemen was? Ja, für schlechte James Bond Filme. Ich dachte vielleicht für Chrysanthemen Tee. Für Chrysanthemen Tee. Oh, war der Flach. So, ich hab Bäumchen gepflanzt. Ein, äh. Ja, toll. Was ist denn jetzt kaputt? Soll ich auch noch 39 Bäume pflanzen? Ne, gib mir mal die Setzlinge. Pack mal die in die Kiste. Ähm, warte mal. Ich wollte was anderes. Hey, hey, hey. Noch kann ich. Ja, wenn du da raus gehst. Ja, ein Moment. Ich pack dir was rein zum Sortieren. Hab ich, hab ich, hab ich. Aha! Beine. Das brauch ich. Das brauch ich nicht. Äh, was soll ich da jetzt sortieren? Ihr wisst schon, dass wir kein gekochtes Fleisch mehr haben. Haben wir nicht? Ich ess grad das letzte. Ja, dann koch doch mal. Wir haben doch genug. Und damit's dann wieder weg ist. Egal, koch's einfach. Ja gut, mach ich gleich. Äh, koch ein bisschen weiße. Ja, ich mach gleich. Ich, ich, ich sauf jetzt erstmal noch. Ja. Mal gucken, wie das Zeug funktioniert. Jaaaa. Okay, er lacht schon so. Ich, ich geh. Du gehst jetzt freiwillig pflanzen, ne? Oh. Nee, ich hab dir die Dinger schon da reingelegt. Gleich bummts. Waaah. Das hat man bis hierhin gesehen. Ich hab's auch aus dem Augenwinkel gesehen. Nein. Berti, lass das. Ich probier's nur aus. Nein. Ach, die sind süß. Hihihi. Berti, wenn wir hier gleich einstürzen. Ich geh mal kurz raus. Komm mal mit. 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 Was hast du schon wieder vor? Pass auf, pass auf. Pass auf. Ich schmeiß dir eine hin. War das ne Rohrbombe? Ja. Ja. Geh weg. Bist du auch eine? Bist du auch eine? Bist du auch eine? Kaput. Kaput. Verschwinde damit. Die sind lustig. Das mit der neue Tür. Komm mal her. 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 Da. 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 Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hoh hey. Was ist das denn ey? Das knallt ja wie so ein Knaller. Was? Silvester. Wo war denn hier ein Loch? Hier ist doch gar kein Loch. Silvester. Große Feuer. Lol. Das bringt null ne? Um die Tür zu knacken ist es tatsächlich. Soll ich mal zeigen? Nein! Du zeigst das bitte nicht an unserer Tür, dass man Tür knacken kann. Ah, länger gedrückt halten. Ah ja, genau. Schmeiß es vor meine Füße. Das ist wie zu Silvester, meinst du doch? Sag mal, das bringt ja sau viel, ne? Guck mal, wie hoch. Silvester! Bei allem Glück werft ihr gleich auf unser Haus. Also ich hab keine mehr. Ich auch nicht. Hört doch mal auf mit der Scheiße, Mann. Das kann ich ändern. Das könnte ich ja... Ich könnte ja sagen, ich mach mal Pistol-Munition. Dillillillen... Dillillen... Dillillill. Ja, Luc! Gib! alica hat geburtstag weihnachten ich weiß ja wer bald geburtstag hat wissen wir auch das ist bei mir noch ganz lange bei mir nicht ich sehe jetzt schon die gema warnung ja haben wir sind immer die ganzen teile in der waffen woche weil waffen teile da reinge muss ja was weit laufen ich muss gleich mal in die stadt ja alica ja hast du lange weile ich sammle gerade die gelben blumenlein falsch also wir zum team machen ja ich glaube sie kann ja wir brauchen auch wieder ich brauche das ich brauche ja ja du machst mir angst aber das ist ja jetzt nichts neues es fühlt sich so an als wäre schon wieder weihnachten deiner zuschauer drehen wir den hals um ich auch das hört sich so an als wenn ich schon wieder hier drin ja ja die sind in deiner mine mist und ich habe natürlich die pfeil und zweck ist nicht besonders wo sind sie denn da wo die spitzen sind ach so dass alles zu bein ein bein und man ja der haut gegen die ressourcen ja lass uns in die stadt ich bin doch hier am kraft ja aber dann hat berti seine ruhe und kann in ruhe sprengen ich will aber mit in die stadt ich brauche grass ja bringen wir dir mit äh wollt ihr vielleicht vorher noch ein bisschen munition haben oder nö ich hab ich hab mein knochen äh dingsbums also was ist denn los mit dir da unten könnt euch jetzt ja grad sagen dass ich am 9mm munition kraften bin aaaah was war das wir kommen durch die mine durch hallo zombie nicht weglaufen so jetzt hätten wir die knaller gebrauchen können ja die äh silvester war doch schon nee da ist kommt er jetzt erst weihnachten dann silvester oh oh fertig ja ähm unter dir ist was wo denn ach da wo kommt der denn her ja da ist noch einer wo denn ja da wo sie spitzen sind im loch hallo zombie frau komm fall in die fall in das loch wieso geht die zombie frau außenrum äh scheiße die reißen hier gerade das haus ein was die reißen hier gerade das haus ein hier ist doch keiner wie kommt die hier rein die zombie frau ist zu schlau äh wie kommen die hier rein jetzt in das haus ja wo ist das loch oben haben wir irgendwo ein loch haben wir das nicht zugemacht da haben wir doch die spitzen reingestellt aber warte mal ich mach das loch mal zu ich hab ein paar steine dabei irgendwie halten diese dinger zombies nicht auf doch ich hab da gerade eine versuch also eine rein gelotst noch jemand bedarf ich schicke blümleins äh im turm ist auch schon wieder voll viel kaputt was krieg das wo ist was kaputt vielleicht sollten wir das alles noch mit eisen verstärken ja war ich ja dabei das eisen ist mir schon wieder ausgegangen dann sag das doch hab ich jetzt sonst geht das haus eigentlich so ist es so stabil da kann ein tornado schufe da haben wir eine effektive zahl six ja ich hab dir mal was reingelegt in die kiste bill achso ich wollte mir ja noch die seeds rausnehmen dann rufen wir wieder weg reicht das erstmal für tee ich denk du guckst rein weißt du wie lange das dauert den alles durch zu kochen lange aber wir haben nie wieder dünnschuss so da ist übrigens Munition in der Munitionskiste vielleicht wenn jemand haben möchte ja den können wir ja jetzt in die stadt ja ich futter bloß ich bin immer noch nicht fertig ohne berti ich bin immer noch nicht fertig trotzdem ohne berti ich brauch dinge ja und nachher sprengst du in der stadt was nein ich hab ja nix zum sprengen das ist ja mein problem und wenn du ein ölfass findest dann nehme ich das mit nach hause und dann wird das zuhause gestrengt genau ich glaub er sollte es vielleicht doch lieber in der stadt sprengen so aus dem brauchen wir wieder wohl ok ich muss auch mal mein inventar aufrollen das kommt da rein ist ja erstmal ich hab hier klick klick gehört kannst du mal aufhören unsere heilige munition zu verbrauchen was denn was denn was ja ich kann wieder dingsbums machen darf ich ja darf ich danke was 180 stück habe ich noch ich habe doch mit sich irgendwo eisen gebunkert ich kenne mich doch das habe ich gerade geklaut nein ich habe irgendwo wo heißen was habe ich da noch einen stadt gehen aber was muss ich jetzt machen also schmelzen genau das kommt dabei ist das eisen bescheuert doch hier ich kümmer mich darum dass das feuer hier befeuert wird und ich warte immer noch darauf dass wir mal zwei minuten zwei minuten ich bin gerade mal bei hälfte was machst du denn immer noch wollen ja ich wollte aber trotzdem die bolzen machen warum habe ich eigentlich immer noch keine armbrust weil du dir keine gemacht hast mach dir mal eine das kann ich weiß doch immer noch nie wo finde ich denn das das steinchen die steinchen die stein ist wieso sind hier leere gläser ey guck mal was der hier punkt hat der waffe ey guck dir das mal an sortier das mal hier guck 6 hier guck hier in die kiste in die hier da hinten sind bücher drin ja kennt alika die alle schon lehre das sind richtige bücher ja und die kann man doch trotzdem nein bücher aus denen man papier macht warte ich mache bücher also ich mache das papier mal draus geht ja nicht berti in der munitionskiste sind bücher drin jetzt guck dir mal die kiste hier an die hier guck doch mal an der 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 sortiert nicht hä ja und ne waffe und hier sind wood frames und öl das gehört hier alles gar nicht rein fängt er weg von meinem öl ich weiß auch nicht was der da macht nee ich sortiere seine kisten jetzt ich habe ihm erst mal das ganze holz raus geklaut ja wieso haben wir eigentlich keine steine weil wir doch steine haben wo denn in dieser kiste hier sagt das doch ja das ist nach hintergründen immer noch passiert ich hab was weiß ich es ist natürlich total sinnvoll dass wir hier so schön ist er hätte er mir einfach durch den hammer durch das ist ja der hammer oh gott ja moment moment die für flachwitz hier verantwortet da war nichts mit der munition brauchst du für deinen shotgang ähm 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 alles reichen dir so übern daumen 38 schuss Hey, du kannst ja sogar reimen. Ja, reimen ohne zu schleimen. Was hat Alika hier eigentlich gemacht? Ja, ich habe keine Fackeln. Ich komme mit TNT. Nein. Nein. Da sind doch Fackeln drin in Nuss. Ich habe mich da reingepackt. In der Munitionskiste findet sich Shotgun-Munition. In der Munitionskiste ist Shotgun-Munition. Alika, du hast vorhin Steine gesucht. Vor unserem Haus liegen 100 Steine rum. Ich habe aber schon fertige Steine gesucht. Wenn ich nicht darüber nachdenke, tut das nicht weh. Wenn ich nicht darüber nachdenke, tut das nicht weh. Ich gehe in die Stadt. Das ist mir jetzt hier zu blöd. Ich meine, ich muss zwar sagen, ich weiß nicht mehr wofür ich Steine gesucht habe, aber ich habe Steine gesucht. Okay. Oh, das zieht sich jetzt mal ja auch. Ich weiß nicht, ich habe noch den Endkiller in den Kopf und dann geht er drauf. Solange wie der immer noch Bolzen-Craft ist. Oh, da liegt Müll. Ich glaube, jetzt habe ich dieses Problem, dass mein Charakter... Ach, die Wellness ist zu niedrig. Alles klar. Ich brauche auf jeden Fall besseres Essen langsam. Und ich würde sagen, wir müssten jetzt wirklich mal die Aufnahme beenden. Okay, gut. Ich bin gerade mit Craften fertig. Die Aufnahme. Wieso? Die Aufnahme komplett. Guck auf die Uhr. Eine Folge geht noch. Guck auf die Uhr. Ah, zwölf. Eine Folge geht noch. Guck auf die Uhr. Ja, zwölf. Nee, wir müssen morgen früh raus. Jetzt wollte ich gerade für den Start. Ja, das können Six und ich ja am Mittwoch machen. Nein, nicht ohne mich. Doch. Nein, da gehe ich jetzt aus Prinzip in die Stadt. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt mal raus, ne? Nein. Naja, ich komme ja schon. Oh Mann. Wenn ich die Portfreigabe auf der Box ändere, gehst du das nie im Leben hin. Komm, schluss. Komm, schluss. Hörst du mal auf? Und ins Gesicht. So, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal.